herzlich willkommen zu einer weiteren folge hogwarts legacy ja es ist jetzt seit langem mal wieder eine neue aufnahme session ziemlich viel vor produziert aber ich würde einfach mal sagen wir machen hier direkt weiter bei lord kock der sarkophag war bereits geplündert da war kein helm nur eine tote erschwinderin verdammt sie sind uns zuvor gekommen wir müssen ihn holen bevor ruckwood sich damit weiter bei rennrock einspeichelt ich habe eins ihrer lager in der nähe gesehen aber sie werden allein gehen müssen ich kann nicht mehr kämpfen ich kümmere mich darum gut es gibt keine zeit zu verlieren wenn wir den helm nicht vor ruckwood bekommen haben wir nicht einmal mehr den hauch einer chance uns mit rennrock gut zu stellen unerträglich dass diese elenden diebe jetzt solche ein relikt haben dann kümmern wir uns doch mal drum auf dass ich auch noch die zauber kombinationen ein bisschen hinkriege was werden wir natürlich sehen da ist der kollege dass er nicht angegriffen hat war jetzt aber auch ein funder irgendwie wir nehmen noch ein bisschen monstein mit was geht hier ab irgendwie habe ich da gerade ein bisschen respekt vor was hier abgeht die sahen auch schon mal besser aus ja warte mal waren wir nicht da schon mal doch da waren wir doch schon unten stimmt da waren wir unten das hat sich erledigt da brauchen wir nicht noch mal runter die atmosphäre ist einfach richtig gut muss ich echt sagen ich hoffe aber wir können hier vorbeilaufen ohne dass uns was attackiert würde mich auf jeden fall freuen da sind sie die erschwinderinnen die erschwinderinnen die schweben vier aber welche die man sagt das gar 평ge ist die die nicht wo Oh. Wow. Also den Troll finde ich jetzt aber auch nicht witzig gerade. Au, au, au. Oh. 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 wir müssen ein bisschen aufpassen dass ich vielleicht auch ein bisschen wo ist er jetzt ja 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 Inzendium! Pengar, komm trinken! Ja! Ex-Pulso! Schau mal nach oben! Schau mal nach oben! ist aber schon ein bisschen gemein so hat sich erledigt da ist mal nix wir nehmen noch ein paar pilze mit hier drin hat er eigentlich nichts angezeigt aber wir gucken trotzdem mal durch wir waren hier nämlich schon mal so wie es ausschaut was mit euren fisch mit fisch ist los das war es was ist weg mal gucken ob wir hier einfach wegkommen dass wir dem kampf ausnahmsweise mal aus dem weg gehen oder wir machen es einfach nacheinander ist incendio muss ich da echt noch weg tun da komme ich einfach die ganze zeit drauf und tschüss Ich glaube, ich mache mich einfach mal vom Acker. War, glaube ich, die sicherste Methode. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber war sportlich. Ich glaube, wir können jetzt auch wieder ein bisschen gemütlicher laufen. Hier sollten wir jetzt außer Gefahr sein. Hätten natürlich auch noch die Pulse wirken können, aber da hätte ich die Zauber ändern müssen. Aber gut, kriegen wir mal anders auch noch hin. Aber wäre natürlich schön, wenn wir jetzt die Mission ein bisschen hinkriegen, dass wir Rookwood ein bisschen an seinen Machenschaften hindern können. Na, da sind wir doch schon. Die Aschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch, Lord Gorg. Ich verstehe, warum Sie ihn zurückwollten. Dass Sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Mhm. Bin ja mal gespannt, ob ich ihm auch vertrauen kann. Oder ob das ein Fehler war. Ja. Mal gucken. Wir werden sehen. Wir gucken mal hier in unsere Übersicht, was da gerade so abgeht. Den Troll haben wir auch erledigt. Perfekt. Dann gehen wir eins zurück. Was haben wir denn neu ist im Inventar? Da ist doch gar nichts Neues drin. Perfektor, das Hinweis. Alte Seiten. Okay. So, dann brauchen wir mal bei Talent. Haben wir da ein paar Punkte übrig? Ne, haben wir nicht. Da haben wir soweit auch alles durch. Gut. Dann können wir eigentlich noch die Aufträge weiter gucken. Was haben wir denn noch alles offen gerade? Okay. Das haben wir soweit. Und da fehlen jetzt noch ein paar. Gut. Was haben wir jetzt hier? Dann werden wir doch wohl zurück ins Schloss gehen. Ja, das könnten wir auch noch hinkriegen. Wir haben ja nochmal einen Brief offen. Auf dem Flur im siebten Stock. Okay. Ah, okay. Tierwesen können wir da auch noch mit angehen. Gehen. Okay. Wir müssen also vieles abarbeiten, wie ich sehe. in die drei Besen vorbeikommen können. Ja, das könnten wir auch noch hinkriegen. Da werden jetzt jede Menge Sachen aufgekommen sein. Triff Sebastian. Es wird auch im Schloss. Und die Aufträge. Ja gut. Wir werden aber als erstes... Ne, das sind die Hauptquests. Machen wir hier erstmal weiter. Hallo. Ich frage mich, ob Sie begegnen. Ähm, ich wollte eigentlich auf die Karte. Ich schlumpf. Ähm, Karte von Hogwarts bitte. Und ich würde ganz gerne... Wir gehen im Astronomie-Flügel raus. Dahin. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Und dann hast du genau dasselbe nochmal gemacht. Black hätte wohl nichts dagegen, wenn jemand jemanden verpasst. Das könnte ihm gefallen. Es wäre gut, wenn es nicht nochmal passiert. Ich sage es nicht mehr weiter. Es ist schon genial. Wenn du hier einfach nur rauskommst und schaust dir was an. Genial. Warte mal, was habe ich denn jetzt... Ne, warte mal. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vorfloppt. Was habe ich denn hier noch für einen Auftrag in der Nähe? Den da. Dann werden wir uns erstmal daran wagen. Ist näher für uns. So, dann gehen wir doch mal rein in unseren Traum der Wünsche. Diek? Ah, Diek ist so froh, Sie zu sehen. Diek ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Diek hat sowas schon mal gesehen. Diek nennt es einen Schnappsack. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ah. Ah. Angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howin im Tierwesenunterricht gesagt hat. Dann bin ich ja mal gespannt. Kommen Sie mit. Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Diek, wenn Sie bereit sind. Wir gehen jetzt, Diek. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Diek liebt Ausflüge. Dann machen wir das doch. Das ist genial. Können wir uns jetzt auch ein paar Tierwesen organisieren? Das ist schön. Das war eine dunkle Zeit in Dieks Leben. Diek diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Ein schlimmer Wilderer. Diek hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Diek zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Wir sind da. Diek liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn Sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Okay. Und wie wähle ich den Schnappsack aus? Drücke auf T, gehe zu deinem Schnappsack und ziehe ihn in den Zauberer. Okay. Ah ja. Okay. Dann packen wir den aber. Packen wir den aktuell rein. Mach mal hier. Nehmen wir unser aktuelles Deck. Ich habe einen Knuddelmuff. Genial. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Diek weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Diek ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Diek empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht. Na schön. Wo finde ich einen? Diek weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Diek hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Diek wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Mhm. Das können wir doch gleich machen. Gucken wir mal auf die Karte, wie weit das weg ist. Ob wir laufen oder... Ja, das ist jetzt natürlich wieder eine super Nummer. Dann werden wir doch mal da rüberfliegen. Theoretisch. Mist, wieso bin ich jetzt auf die Tast? Ich bin doof. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, aber gut, dass ich die hier drauf gelegt habe. Könnte ich vielleicht brauchen. Biese Katze. Kann ich so eine Mieze Katze eigentlich auch organisieren? Okay, kann ich nicht. Schade. Meine Katze wäre auch interessant. Ich würde sagen, es ist ja auch nicht so weit weg. Wir laufen da jetzt hin. Weil dann sehen wir auch noch ein bisschen was vor den Ländereien. Weil ich sage mal, die Landschaft hat es schon echt verdient, dass man da echt durchläuft. Und nicht bloß schnellstmöglich durchfetzt. Oder durchfliegt, besser gesagt. Da kriegst du ja nicht viel mit, was hier unten los ist. Und wir können ja hier die Abkürzung nach oben nehmen. Also von dem her. Gar nicht so problematisch. Und das mit den Tierwesen finde ich echt schön, dass du die jetzt dann auch so schön sammeln kannst. Fast ein paar. Ich hoffe natürlich, dass wir im Raum der Wünsche vielleicht auch einen Bereich haben. Wo wir dann die Tierwesen auch sehen können. Wo sie sich aufhalten wollen. Ich habe keine Ahnung, was ich deren Meinung nach hier sehen soll. Ich kann es dir gleich sagen, du kleiner Pol. Wo ist das denn? Kompletter Schwachsinn. Hab noch nie im Leben so viel Unsinn gehört. Was war das? Wehe, wenn das herrlich ist. Incentia. Komm, bring doch. Komm. Mach dich nicht schlecht. Mehr hast du nicht drauf. Warte, Incentia. Hast du. Incentia. Jetzt hast du. Concentia. Langsam. Incentia. Concentia. Incentia. Concentia. Das ist, dass du etwas mehr. Concentia. eine schande was ihr mit hilflosen tierwesen gemacht hat kogel müssen wir hier weiter da bin ich jetzt auch gleich gespannt so kollege diesmal nicht immer was denn da in der nähe ist wo wir drauf werfen können dann ist es richtig gut natürlich immer gleich ein bisschen monstern mitnehmen was man das gerade hat irgendwie ein bisschen komisch aus da sind die das ist ja genial so freue ich mich machen wir weiter ja gut die karte schon sorge dass sie ein wilderer erwischt haben könnte vielleicht sollten wir uns sputen die jobber knolle sind gleich hier in dem großen baum die karte mal gesehen wie fliegende tierwesen mit livio so verlangsamt wurden so kann man den schnapsack leichter einsetzen dann rette ich mal ein jobber knoll viel glück die wird hier warten wir werden machen das so wir nehmen den schnapsack hier rüber wir könnten aber ich überlege mir gerade wir werden das so ändern wie Das war's für heute. Das nehmen wir auch gleich mit. Jetzt werden wir noch einen zweiten mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Diek weist nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Diek trifft sie dort. Mondkälber. Ja. Dann gehen wir doch noch auf die Suche der Mondkälber. Die sind ja gar nicht so weit weg, wie das ausschaut. Aber es ist richtig gut, wenn du jetzt hier auch runterguckst. Ohne Witz. Ein richtig schöner Anblick. Ah, da ist Diek und da haben wir auch gleich noch... Unsere Flohflamme gefunden. So, Diek, ich bin da. Hallo, Diek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Dann suche ich wohl mal einen Mondkalb. Diek wartet auf ihre Rückkehr. Na ja, gut. So, jetzt ist es nämlich schon mal dunkel. Oh, die sind ja richtig genial. Ich will doch nur helfen. Wo ist er denn? Fuck. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Da haben wir doch das Mondkalb auch. Aber die sind voll knuddelig. Wie gut. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Diek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Diek wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Okay, das können wir machen. Aber da machen wir natürlich eine Schnellreise. Wir machen Astronomieflügel bitte. So, dann laufen wir mal nochmal. Mieter Katze. Kleiner schlurrender Tiger. Ja. Was war das? Ach da, Peef's ist unterwegs. Peef's der Sack. Diek findet, sie sollten stolz um. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hm, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. Hm, an was genau hatten sie gedacht? Hm, hm, hm. Sie haben's geschafft! Aber was ist es? Das weiß diek nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn sie bereit sind. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit. Komm, wir gehen rein. Oh, wie genial! Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Diek? Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Ja, machen wir doch gerne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das sieht doch genial aus. Diek glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Diek auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Diek ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Okay. Okay. Okay, ich habe noch gar kein eigenes Fenster für die, aber wir füttern sie jetzt einfach mal. Die Schwören freilassen. Okay. Sieht so genial aus. Hat er die Dinger seite Gold. Die sind ja mal richtig gut. Und wo ist eigentlich mein Flieger? Mein Knuddelmuff kriegt nochmal was. Mr. Knuddelmuff, wo seid ihr da? Da hinten ist er. Ist da durchsauberst? Ich bin ja mal richtig gut. ich sei doch mal ein bisschen was weiß ja nicht wie oft ich die füttern muss oder wie das jetzt über längere zeit funktioniert bittere und bürste diese typ warte mal bürsten habe ich jetzt eine feder bekommen dann kann ich ja sammeln er knuddelmoth das sieht so ideal aus in unserem mondkalbo bist du eigentlich auch da hinten na du genial die haben sich echt überall was einfallen lassen das ist total gut ich habe magische materialien gesammelt die kann ihnen zeigen wie sie sie anwenden mit dieser zauberanweisung müssen sie einen verzauberten webstuhl beschwören ein verzauberten webstuhl ganz recht damit können sie magische materialien nutzen und in jede faser ihrer kleidung magie einweben dadurch wird sie auf verschiedenste weise nützlicher versuchen sie es doch mal die glaubt sie werden vom ergebnis begeistert sein dann probiere ich jetzt den webstuhl aus okay aber aufschaut euch das mal an wie gut das gemacht ist jetzt muss ich mich aber gerade mal was fragen so ich brauche hier das da nutzen verzauberter webstuhl gut hat sie erledigt so dann fügen wir dem ding ein kleider stück hinzu wird hinzuzufügen ah ja okay dann werden wir doch was besitzen wir doch was haben wir denn nicht gerade an 56 ist neutral 57 der ist aber noch gesperrt ok dann verbessern wir den mal da können wir die verteidigung das hoch setzen das ist ja gut habe ich jetzt vielleicht hier irgendwas verbockt reduziert schaden durch also nicht da mehrere sachen einfügen dann oder wie ah nee das kann ich dann bloß so machen ah okay gut das ergebnis kann sich sehen lassen das sollte ich die zeigen das ist gut was du hier alles machen kannst das ist heftig ich habe den webstuhl benutzt die wunderbar kann ich mit dem webstuhl auch noch stärkere magie in meine kleidung einweben ja indem sie noch mächtigere tierwesen retten aber jetzt rät diek ihnen sich ihr tiergehege anzusehen und die tierwesen kennenzulernen die sie schon gerettet haben danke für deine hilfe diek sehr gut wir werden auch hier noch ein bisschen was einsammeln dass man mal einmal nie warte mal wir müssen da geht's raus da geht's runter dann gucken wir doch mal hier das wird gleich mal ein paar sachen hier organisieren so dann kann das hier alles weiter arbeiten das ist gut ist echt hart ich finde es gut aber dann würde ich sagen sind wir heute mit diesem ausblick hier auf unsere tierwesen am ende der folge und nicht nur am ende der folge ich muss auch sagen es vorerst die letzte let's play folge hat mehrere gründe es stehen aktuell noch ein paar projekte in der reihe die ich gerne euch zeigen möchte vielleicht auch die skylines eher als let's play dann kommt noch das große update von medival dynasty das würde ich ganz gerne hier auf diesen slot packen dass wir uns die neuen karten angucken und was sich alles so geändert hat auch den koop modus natürlich und damit muss dieses projekt hier erstmal aussetzen ich sag mal ist es echt ein sehr sehr schönes überwältigendes spiel für das man sich gerne zeit nimmt und auch diese ganze atmosphäre hier ist bombastisch das spiel werden wir auch nicht zum letzten mal gesehen haben bei mir auf dem kanal denn ich kann eventuell schon mal einen kleinen teaser machen wenn alles so klappt wie es aktuell geplant ist werde ich nächstes jahr ein bisschen mehr zeit haben auch abends wo wir auch in live streams gehen können auch vielleicht regelmäßige live streams dann zu festen terminen vereinbaren wo wir immer wieder verschiedene spiele anschauen und dann auch gerne hier wieder reingucken das entscheidet sich jetzt alles noch im dezember wie das nächstes jahr weitergeht wenn es klappt werden wir hier natürlich ab und zu im stream weiter gucken und natürlich auch in die anderen spiele bei denen ich gesagt habe dass wir da auch im stream mal wieder reingucken ich hoffe das ist für euch nachvollziehbar könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben wie ihr es findet oder wie es gefunden habe bis jetzt ich muss echt sagen das spiel über jeden cent wert oder jeden euro wert und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen der eine richtig coole landschaft will und mit der harry potter saga aufgewachsen ist aber damit höre ich auch auf zu quatschen ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen tag und wird sagen wir sehen uns in einem der nächsten projekte wieder bis dann bis dann